Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eklis und wir machen den Erfolg gründlicher Ermittler, der bei mir gerade angetaggt ist. Entschuldigung. Und wie ihr seht, ich habe schon drei von vier Zeugen erledigt. Der Grund ist, der Erfolg ist ein wenig buggy. Und das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel hier oben den hier nicht machen. Also das Stroh zum Füttern der Viertels verschwindet. Also alles, was ihr bis dahin gemacht habt und schon hier drauf zählt, ist gut. Weil ihr braucht zehn Zeugen sind es, wenn ihr hier im Kopf habt. Sechs braucht ihr, um hier diesen Procust zu machen. Dann ploppt auf, optional befragt die anderen Zeugen. Wenn ihr dann hier Fortschritt habt, könnt ihr die Instanz verlassen, durchaus loggen etc. Und dann macht ihr den ganzen Spaß einfach nochmal. Und das tun wir jetzt hier auch. Ich nehme mir hier schon mal den Jale-Block, weil den werden wir gleich brauchen. Und wenn das Wiki zumindest das Englische nicht lügt, sollte das funktionieren als Workaround. Und es funktioniert. Bitte sehr. So bekommt ihr diesen Erfolg. Leider ist es ein bisschen nervig, aber derzeit nicht anders machbar. Wenn es normal machbar ist, kommt das richtige Video dazu. Bis dahin, liken und abonnieren nicht vergessen und tschüss.